Vorhin, als ich ein Fossil abgebaut habe, habe ich ein Fossil bekommen. Jetzt, wenn ich fossile Blöcke abbau, kriege ich einfach Steine. Das ist random. Du musst so lange welche abbauen, bis da mal was rauskommt. Ich habe jetzt die ganze Zeit Knochen gekriegt, immer. Also ganz normale Vanillaknochen. Ja, und... Also wenn du an den Knochen nagst, dann schmeckt das nach Vanille. Gibt es verschiedene Fossile? Also habe ich jetzt vielleicht irgendwie einen speziellen Dino hier, oder? Ich glaube, man muss... Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Du musst vermutlich analysieren und sowas. Okay. Kannst du dir ja mal Tutorials angucken. Schlafen? Auf unserem Raumschiff haben wir doch bestimmt irgendwie noch Video... Schlafen. Ja, genau. Wir haben ja das menschliche Wissen auf unserem Raumschiff. Ja, wir haben eine Festplatte und da ist das ganze menschliche Wissen drauf. Ja, und das nennt sich Johnny eben sein Gehirn. 20 Megabyte ungefähr. 20 Megabyte, ja. Das klingt realistisch. Ja, bei dir schon. Ich weiß bestimmt viel mehr so als dein Hund oder Katze, ja. Also... Keine Ahnung, was so ein Haus... Hätte ich einen Hund? Dann hättest du einen Hund. Aber wenn ich einen Hund hätte, wäre er schlauer als du. Das stimmt gar nicht. Ich bin der schlaueste Hund, den ich kenne. Ja, ich bin ein Tinkerer. Ja, genau Johnny. Du bist der schlaueste Hund, der so lebt. Ja. Du bist wie Brian. Welches Buch hast du denn zuletzt gelesen, hä? Ähm, ähm... Brian, das ist... Das ist so ein klassischer, ähm... Brotzer. So schreibt man so einen Typen. Ja, diese Schmocks... Diese Schmocks, die meinen, ich fahre ein E-Auto, ich rette die Umwelt. Ja, das wird mit Kohlekraft angetrieben. Wichser. Mann. Diese Schmocks, die immer so meinen, so, sie sind voll die krassen Typen, so, sie sind was Besseres. Ja, ich bin Veganer. Äh. Also ganz ehrlich, ich bin was Besseres. Das ist klar. Nur um das nochmal festzuhalten. Bei dem Rest ist das natürlich einfach nur Blödsinn. Aber bei mir ist das schon richtig. Ja. Weil ich mach, äh, nichts... Mich regen diese Leute so auf, so wie Brian, die immer so erzählen, wunderbar, was sie für Ahnung hätten, aber nie ein Buch gelesen haben. Oder so, als hätte er auch voll Ahnung von Politik und so. Mit seinem blöden Hybrid-Auto. Mit meinen Level TIN kannst du Redstone abbauen. Interessant. Redstone ist also genauso hart wie TIN. Ha. Interessant. Tü-tü-tü-tü-tü. Ich hab allerdings noch gar keinen TIN gefunden. Hat einer von euch schon mal TIN gesehen? Äh, ich glaube schon. Ich könnte ein bisschen TIN gebrauchen. Aber ich konnte es nicht abbauen. Ähm, nein. Ich werde attackiert. Ich auch. Brauch was zu essen. Ich hab Hunger. Hunger, Durst. Adaptiere euch. Proceed gefunden. Rerely Drops from Redstone, oh. Ich hab irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit. Das ist uns bekannt. Bekannt. Ich hab Lapis Lazuli gefunden. Wollte ich mal ganz kurz sagen. Ich hab mich verlaufen. Schon wieder? Dein End läuft es. Oh, was ist das denn? Ja. TRIPARTS. Ja, hab ich doch vorhin schon gesagt. Ja, aber ich hab was eigenes gefunden. Ja, ich hab's ja auch nicht abgebaut. Ich hab's bei dir nicht gesehen, als du das gesagt hast. Deswegen weiß ich das noch. Wusste ich das noch. Brassblock. Brassblock. Außerdem kommt ein Lootbag. Ein Uncommon. Das ist ja schon richtig fett. Was ist das, Bro? Schau an das Netz, das ich einfach gefunden habe. Außerdem hab ich grad Holzknarren gehört. Das könnte also bedeuten, dass ich in der Nähe von einem Minenschacht bin. Oh. Alter, wieso macht der Bogen so viel Damage? Junge, du Mongo. Mongo, du Junge. Ich tue mir leid. Woher soll ich denn wissen, dass der Bogen so viel Damage macht? Das ist ein ganz normaler. Ulti, komm mal her. Oh, ey. Äh, wie viel Schaden macht der denn? Mindestens 10? Oh. Oh, ich verbrenne dein Dorf. Das ist nicht mal mein Dorf. Du, ganz ehrlich, ganz ehrlich, du kannst da eh nicht handeln. Das ist schon wieder so verbuggt. Ich hoffe... Hey, da hast du bei dir grad irgendein anderes Dorf in der Nähe? Ne. Schade. Wenn du mal eins siehst, was nicht das am Spawner ist, dann musst du da mal hingehen, an diese Schilder, dann müsste so eine Anreihung an Schildern sein und mal gucken, ob da vielleicht einer mit dir handeln will. Okay. Weil ansonsten muss ich schauen, wie ich das hinkriege. Wisstone? Kann ich jetzt auch nicht so aufschlussend mit anfangen. Wie repariere ich die Iron-Ding mit Eisen, ne? Eisenbarren. Mhm. Aber ich kann so einfach lassen und warten, bis du mir was Besseres baust. Ja, aber da musst du mir Zinn suchen helfen. Umso schneller geht's. Ich hab noch keinen Zinn gefunden. Kann ich das abbauen? Äh, wenn du die einmal geupgradet hast, schon ja. Ähm, hab ich nicht. Aber ich kann Zinn so suchen und dir dann sagen, was ist... Ja, das wär ne Idee. Zinn, doof, aber. Zinn oder Zink? Zinn. Ich find hier jeden möglichen Blödsinn, aber kein Zinn. Ich hab jetzt Ferros gefunden hier. Äh, wie macht man denn nochmal diese Kupferkabel? Was war Ferros nochmal? Äh, du, das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Das ist nicht mehr so wie in Tech-A-Light damals. Was? Was denn? Kupferkabel. Alter, verpisst du dich? Ah, stimmt, man muss ja diesen Hammer machen. Ja. Was ist Zinn? Äh, ah, Ferros nochmal. Ferros ist sowas wie Nickel, glaub ich. You begin to feel comfortable handling the Wilhelm-Pfleger. Oh, ey, dieses... Jetzt wird auch mal Penis als Namen genommen, Jörgen. Feeling comfortable to handling Penis. Oder your Penis. Ja. Oh, ich glaub, ich könnte eventuell Zinn gefunden haben. Das ist... Das gefällt mir sehr viel besser. Muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht irgendwie so ständig... Du findest ständig alle möglichen Arten, sondern du findest jetzt... Du müsstest halt schon ein bisschen suchen. Das ist... Dieser Planet hier ist... Rohstoffmäßig angenehmer als damals. Wir haben noch gar keinen Namen für diesen Planeten gefunden. Ich bin für Omega-Delta. Ja, genau. Schreibt's in die Kommentare, dann können wir ein bisschen die Community einbeziehen. Korrespondieren. Namen für diesen Planeten. Schreiben. So. Sofort. Los. Poppy. Poppy. Ist ein Charakter bei LOL. Hab ich mal gehört. Dass du das weißt. Ja, sch... Kacke, ne? Sehr traurig. Die sollten da ein Multidemon-Hand dazufügen. Das wär's doch nicht. LOL ist genauso kacke wie World of Tanks. Alter. Ja, du alter. Das stimmt gar nicht. User get banned from the channel. Wir sind auf unterschiedliche Arten kacke. Bei LOL ist die Community kacke. Und bei WOT ist die Community dumm. Ja. Und bei LOL halt einfach nur Arschlöcher. Ja, deswegen spielt ihr auch World of Tanks. Oh, Schatz feiert. Ähm, brauchen wir Silizium? Halt die Schnauze. Ja, immer sammeln. Wenn das Bremerhaven kommt, der braucht gar nix sagen. Ja, ja, wieso? Das ist die dümmste Stadt Deutschlands. Nein, ich mein das nicht ernst. Kannst du das rausschneiden? Ja. Ja, ja, kein Problem. Es gibt dümmere Städte. Ja. Johnny, Johnny, weil... Voller Sohne zum Beispiel. Malst du das nur rausgeschnitten haben, weil er gesagt hat, dass er das nicht ernst macht. Du weißt es gar nicht, Olenstedt, verdammt. Nee, Olenstedt ist was anderes. Siehst du, so drauf bist du, dass du schon mal nicht mein, mein, mein Ort weißt, wo ich wohne. Ich weiß den echt nicht mehr. Ich werde ihn auch nicht sagen, weil ich genau weiß, was dann kommt. Verrückter Fan. Ich weiß deine Straße und Hausnummer. Das meinte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Das kann auch sein. Den einzigen, den ich jetzt kennengelernt habe noch so, war StreberLP aus unserem Server-Team. Der wohnt hier in der Nähe. Ähm, sowas wie Oldenburg, nur mit Dorf. Oldenburg, nur mit Dorf. Ja, so ein Dorf in der Nähe von Oldenburg. Das könnten so einige sein, die es da gibt. So. Äh, was fehlt mir denn? Was, was fehlt mir? Das Lithium kann ich wegschmeißen, ne? Ich habe sechs Cotton und sechs Lithium. Was davon soll ich wegschmeißen? Ich schmeiß Cotton weg. Cotton-Eye, Joe. Ich kann mir noch genug, äh, pflücken lassen. Ja, genau. Das Black Shimmering Mushroom. Johnny, keiner mag dich. Ich habe einen schwarzen Pilz. Achso, warte mal. Soll ich das Eisen unten in die Schmelze reinpacken? Brauchen wir den für irgendwas? Black Shimmering. Warte mal, wart noch nicht. Alle, warte mal. Entschuldigung, was möchtest du, Johnny? Den schwarzen Pilz gefunden, brauchen wir den? Ich glaube nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ne, aber weil man das ja verdoppeln kann. Ich habe ja jetzt vorher ein Eisen einfach verbrannt. Ja, eventuell muss ich da gleich mal ran was anderes machen. Die Frage ist, was mache ich denn dann jetzt? Was für einen Baustoff macht man denn dann als nächstes? Alumite kannst du vergessen, weil ich brauche Obsidian. Das kann ich nicht abbauen. Kann ich Obsidian anders irgendwie herstellen? Nö. Was macht man denn dann bitte für eine Spitzhacke? Was ist denn dann besser als Eisen, wenn du Alumite nicht machen kannst? Und Stahl logischerweise auch nicht, weil da fehlt uns das ganze Zeug für. Redstone, Silber, Dink, Aluminium. Ich schau mal eben ganz kurz. Pickaxe. Topaz. Ach, das ist ja ein Edelstein. Ich wusste doch, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Äh, Brausen. Kannst du machen. Und? Was denn? Nochmal, bitte? Brausen, Pickaxe. Kenn ich nicht. Topaz ist ja ein Edelstein. Ich wusste doch, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Schreib mir das mal in Chat, Hater. Okay. Bronze. B-R-O-N-Z-E. Und Bronze ist besser als Eisen? Bronze hat standardmäßig Tin und daraufhin steigst eins mehr. Wow. Also Tin und Kupfer. Korrekt. Und dann mache ich Bronze. Ich mache jetzt eine Regionalexpress-Batterie. Aber erstmal rieße ich das Blut aus, weil ich nicht will, dass sich das hier gleich irgendwie mit Pokéfenium oder so zusammentut. Dieter Blei, oder? Ja. Ja. Nein. So, äh, Tin. Brauchen wir das gerade? Ich mache ein Action-Pack raus. Wie waren das? Ein Tin, drei Kupfer, ne? Also mache ich zwei Tin und sechs Kupfer. Das ist eigentlich egal. Also hier im Pack nicht, aber normaler. Wow. Angefallen. Ich bin gefallen und kann nicht alleine aufstehen. Hilfe. Bin ich? Hier sind überall Monster. Hilfe. Aber hier steht eine Fackel, das heißt hier war schon mal jemand. Kann dieser jemand kommen und mich retten, mich hier raustragen? Wo bist du denn? In der Höhle? Ja, aber irgendwie so ein bisschen unten so. Ein bisschen unten so? Ne. Ich dachte, die Höhlen sind über der Erde. Ja, halt tief in der Höhle, Mann. Haben wir denn beide bitte? Alter, ich habe gerade so ein Höhle gehört, so. Was hörte sich so an, so wie Brian, als er so he 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 gemacht hat mit dieser Fliegerkappe. Ja. Keine Ahnung, wo du bist. Oh, Pink. Ach, jetzt sehe ich deine Schrift, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da hinkommen soll. Tja, musst du alleine rausnehmen. Habe ich ja auch schon gefunden. Achso, dann kann ich gleich nochmal einen Eimer Lava mitnehmen, da war ich ja nicht ganz so umsonst hier. Rette mich. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Rette mich. Rette dich selbst. Rette mich. Ich folge einfach mal. Was ist denn Rose Gold? Gold, Gold, Gold. Rose Gold. Und was kann das so? Weiß ich doch nicht. Von welchem Mod ist denn das? Keine Ahnung. Was steht unten dran, wenn du es ankommst? Ja, ich muss es nur zurücklaufen. Minecraft comes alive. Ah. Vielleicht kannst du da was, äh, wahrscheinlich, achso, dann ist das wahrscheinlich, um Ringe zu machen. Ja, wahrscheinlich. Ringe? Ja, Wedding Ring. Oh. Ach, achso, okay. Dann kannst du toll selber. Ich habe mir auch noch einen Öl-Ding gefallen hier, ey, toll. Ja, ich suche mir auch eine Ehefrau, aber... Wollten wir nicht heiraten? Ach, tut mir leid, aber irgendwie nicht, nein. Ich habe auch keine Lust. Ich meine, wenn man mehrere Ehepartner haben kann, dann ja, heirate ich dich auch, aber... Ja, die machen es mit dir da vorne. Barley. Ich habe, äh, Barley. Ohne das Taxi-Pack habe ich doppelt so viele FPS. Kannst du noch machen? Doch nicht. Das hat mich jetzt auch nicht, sondern nicht gewundert. Birch-Sapling, Flowering-Oak-Sapling und Oak-Sapling. Wie sollt ihr... Toll, jetzt habe ich versucht, dich zu finden und jetzt finde ich selber hier nicht mehr raus, ey. Super. Gut Job, Multi. Ja, ich habe die Treppe geführt. Kommen wir jetzt hin? Ja, ich mache schon Bronze sogar. Cool, oder? Ne, aber ich... Ich brauche auch Tin für meine Achievements. Äh, ich kann dir geben. Ich habe 12 Zinn vorgeführt. Ich kann mir einen Rucksack bauen, weil ich habe echt immer mein Inventar voll. Baue du doch selbst ein, ey. Ja, ich weiß ja nicht, wie das geht. Dann guck in das NEI, sozusagen. Ja, wenn ich Back eingib, finde ich da kaum was. Für einen Back of Holding musst du dir bauen, sobald du kannst. Ja, dafür braucht man Diamanten, du Genie. Oder ist hier irgendetwas drin, womit sich das verbinden könnte? Dürfte jetzt eigentlich nicht, aber ich muss mal eben Bronze gießen hier. Wenn du mir das gestattest. Ähm, für einen Back of Holding braucht man Diamanten, das weißt du, ne? Achso, ja, du, dann... Was genau willst du denn mehr so wegtun? Ähm... Also kann ich es jetzt reinpacken hier, Tin? Ja, zu... Äh, ja, mach, mach mal. Aluminum-Press, da sollte sich nicht verbinden. Kann sich Tin mit Eisen verbinden? Ähm, nee. Oder mit Bronze. Das Einzige, was hier problematisch war, war das Blut, weil Blut mischt sich mit irgendwas. Ich vergiss das nur immer wieder. Mischt sich sowas, was es in Real Life als Legierung gibt? Also zum Beispiel Kupfer und Zünn? Ja, das mischt sich automatisch zu Bronze. Bronze, okay. Also so Legierungssachen, okay. Aber außer Bronze kenne ich gar nicht. Chromangan? Ja. Kenne ich nicht. Das ist eine Mischung aus Chrom und Mangan. Nein, da hätte ich mir auch denken können. Also, ähm, als so ernster Multi, aber am schönsten wäre natürlich, wenn ich da alles rein tun könnte in den Rucksack. Äh, du könntest dir so ein, so ein... Werkarbeiter? Nein, du könntest dir so ein, ähm, wie heißen die Dinger, diese Taschen da von, von Project Red. Da, wofür brauchst du halt aber ein Stack String. Du musst halt die ganze Zeit spinnen töten, bis du so viel hast. Oder ganz viel Wolle aufbereiten. Oder Cotton, ähm. Oder Cotton, ja, genau. Ja, scheiße, ich hab vorhin sechs Cotton weggeworfen. Ich bin ja nicht in meine Pickachse. Hier ist Magnesium und Aluminium und ich will das nicht einfach zurücklassen. Hier ist übrigens doch Zinn, du brauchst doch Zinn, ne? Ich komm sofort schlafen, warte. Nein, nein, nein. Äh, wo ist denn mein Sleeping Bag? Da, so. Gute Nachacht. Gute Nacht. Tschüss. Ach, tschüss. Ich hab Schwimmflossen gefunden. Die hab ich mir angezogen. Damit kann ich, äh, nichts machen. Die geben keine Protection. Damit kann man bestimmt schneller schwimmen. Möglichst so. So, ich hab jetzt eine Bronzespitzhacke. Damit hab ich jetzt Mining Level Tin. Hm, nimm. Damit kann man aber immer noch keinen Serious Quartz abbauen. Konnte ich vorher mit Mining Level Tin auch nicht, aber ich lerne ja nicht dazu. So. Die Frage ist nur, was baue ich denn da mal ab? Nichts. Ich muss schon ein bisschen was abbauen, sonst, äh, funktioniert das nicht. Weil du musst wissen, der Stock, der ist nur so hart wie der Stock ist. Das stimmt. Das lehrte mir, das lehrte mir einst, ein sehr weiser Mann. Ein sehr weißer Mann. Ja, weiß war der auch. Weil er so royal war. Der wird Royalität. Nie, wie war das? Ein Traum wird Royalität. So. McDonalds. McDonalds. Geht lieber wollen, lass essen. Wir bringen euch um. Eine Farm. Du bist eine McDonalds. So geschminkt gehst du hier nicht aus dem Haus. Was? Du bist eine McDonalds. So geschminkt gehst du hier nicht aus dem Haus. Also die ganze Zeit nur Anspielungen, ey. Dennoch schlimmer geworden. Das ist uns ja nicht unser Kanal. Entweder du verstehst es und fliegst dabei mit oder du verstehst es nicht. Aber gucken die Leute das denn, wenn die das nicht verstehen? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht verstehen sie es aber auch. Oder sie finden es lustig, wenn ihr Dumpfugel labert. Ja. Boron, was ist Boron? Ähm, ein Material, das du abbauen kannst. Das ist ein Erz. Und äh, weiter weiß ich auch nicht. Ein Material, das... Wow. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man das abbauen kann. Ähm, habt ihr schon irgendwie, äh, Redstone? Ja, ein bisschen was habe ich gefunden. Redstone, das sind Valarware. Ich habe auch was gefunden, aber weil ich chronisch voll dumm. Diese Soundeffekte, die die Tomo gemacht hat, man sich so abgibt. Ach ja. Ich mag dich. Hier war ein Creeper. Ach du Scheiße. Ich bin gerade schon wieder hier ein bisschen am Arsch. Naja, man muss das Ganze positiv sehen. Lieber am Arsch als im Arsch. Sehe ich eigentlich anders. Ach du Scheiße. Lieber Vorspiel als Nachspiel. Habe ich die jetzt endlich mal gelevelt hier? Ja, ja. Zum, äh. Umso besser die Spitzhacken werden, umso mehr musst du hier auch abbauen, damit du die mal hochlevelst, ey. Macht's dann. Tschüss. 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 Tschüss.